Oh, weiter oben halt, ne? Ja, ja. Ich muss auch mit meinem eigenen Begriffen... Oh, oh. Unser Stützkumpf wird angegriffen. Unserbrochen. Unzureichende Mittel. Full-Front-Transporter einsatzbereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Der Funktion-Collider ist ein bisschen am Arsch. Wenn du jetzt noch eine kleine Flächen-Attacke hast, dann... ja, wäre toll. Ja, ein kleiner Orbital-Bohr. Unzureichende Mittel. Ich hätte lieber auf die Energie ziehen müssen. Scheiße. Unser Stützkumpf wird angegriffen. Du, bau mal Rocket Angels. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Uwa. Systeme bereit. Verstanden. Okay. Ja, feindliche Einheiten entdeckt. Sinusdorp. Verstanden. Oh, das ist so okay, ja. Ja, Sinusdorp. Nein. Ja, wir kommen. Verstanden. Bau abgeflossen. Wir kommen. Verstanden. Irgendwelche Freiwilligen. Spulen bereit machen. Eine Einheit wird angegriffen. Weg von meinem Stingray! Hör dir das? Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte. Feindliche Einheiten entdeckt. Spulen bereit. Ja. Die Feinde der Union werden brennen. Die Feinde der Union werden brennen. Trofter. Hui. Feindliche Einheiten. Kompli geachtet. Oh. Na, nur war schuld. Oh, schuld. Ich bin mir an schuld, oder? Wenn du mich verstehst. Was? Hilf? Hä? So was mich achten. Schild, ja. Lano war schuld. Das bedeutet... Wir beherrschen die Wässer. Vorwärtsgenoss. Alles ist die Wässer. Das Wasser wird sich rot. Ich bin auch getript. Sie müssen fallen. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir müssen ein Majestätischer Anblick sein. Ihr letztes Dünnlein hat geschlagen. Eine Einheit wird angetilfen. Stingray. Energiezufuhr. Nein, Ruckel zu. Feindliches Kommando geortet. Einheit verloren. Scheiß, ich weiß. Hey, aufpassen. Nein, in Ordnung. Dessen wird die Systeme. Aufladen. Eine Einheit wird angegriffen. Wieder da. Kannst du mir helfen? Ziel wählen. Stopp, du Ruckel. Für die Heimat. Würde nicht kaputt gehen. Will jemand mitfahren? Wie geht's? Wie steht's? Mann, aber meine kleine Armee, die sollte nicht kaputt gehen. Mann, gleich wieder nachbauen. Wird gebaut. Eine Einheit ist infiziert. Eine Einheit infiziert? Nein! Wird gebaut. Ein Sammler wird angegriffen. Was hab ich gar nicht? Na doch. Das ist irgendwie verzögert. Also eine halbe Stunde, ne? Ja, ja. Ball abgeschlossen. Wird gebaut. Du bist mir schon einer. Ein Sammler wird angegriffen. Unsere Stiftung wird angegriffen. Ist die Gefahr noch akut? Alles wird gerecht, unverteilt. Feindliche Einheiten entdeckt. Das hab ich jetzt angekotzt. Transporter steht bereit. Darin, natürlich. Brauchst du eine Luftworteiligung? Hm, nicht wirklich. Gut. Hey, du hast so viele, äh, Kronenigste und greif mal ein Moment mit. Schreite mal ein bisschen vor. Mach ich doch gleich. Ja, klar, ich war mit deinen riesigen Armada und so. Und ich sitze hier und stehe dumm da. Dann lach ich. Doch, ich lach, weil es ja nicht stimmt. Hä? Dafür hab ich ne Vakuumbombe. Und die wird hier auch ein... Steirung 1. Kannst du irgendwie Luft machen, damit ich weiß, wo was steht? Ich bin... Ding. Ja? Das ist ja knapp der Niemann. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Seid ihr bereit zu kämpfen? Hast du noch irgendwas? Wie meintest du das mit Nanoschild, hä? Ich wollte nur mal wissen, ob das Ding oder Ding war. Mann, scheiße. Geh kaputt. Boah, es geht sowieso nicht kaputt. Die macht ja nicht über der Welt kaputt. Ne. Scheiße. Ach du noch scheiße. Ach du noch scheiße. Nein, hier, ich hab hier, äh... Yuriko in meiner Base. Oh, fast von meiner Base. Seidlicher Stützpunkt entdeckt. Seidliche Einheiten entdeckt. Warnung. Ein CD-Chimator wird angegriffen. Der Verbündeter wird angegriffen. Lass mein Baby in Ruhe. Die Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Diese Narbonne ist ein zu kämpfen, genossen. Nein, wie kommst du mir auf... Eckart, die Japaner kommen. Ja, die leichten in den Krieg ohnehin. Aber hier, Yuriko, kommt zu mehr Baden. Wenn ich mir hier... Oh, ich bin hier... So. Scheiße. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Also... Schön, dass du das schon hinkriegst. No. Darum hätte ich auch was anderes hinkriegt, weil... Der, der... Ach nee, der Grüne. Ah, nee, schon gut. Yuriko macht die ganze... Yuriko macht die ganzen Panzer weg. Ja, ich da... Ich hab... Egal. Ey, die König-Unis machen hier Brechtend. Die sind echt asozial, die Königs... Könige. Ach, die gehen, also die können vorstürmen und alles. Ja, ja, das ist ja das... Jetzt sind sie unverbundbar. Bin ich nicht böse. Böse, böse. Feindliche Einheiten entdeckt. Nein. Ulfrock-Transporter ist ansatzbereit. Nein. Können wir mitfahren? Ach, das war. Kämpft Seite an Seite, Genossen. Ulfrock-Transporter einsatzbereit. Vernichtet sie. Ach, da drauf. Na los, greif an. Du, das, äh, hast du das Schild drauf gemacht? Ja, ja, mit Absicht aber. Weil ich will, dass ganz viele von meinen Leuten erstmal herkommen. Ah, okay, gut. Weil sie ja noch auf dem halben Weg. Auch gut. Feindliche Einheiten entdeckt. Das Wasser wird sie not werden. Das ist auch gut, ja, ja, stimmt schon. Einfressen, nee. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Deinem Baugebäude tue ich mal ein bisschen reparieren, weil hier unten in der Base sieht es ganz schön abgefuckt aus. Repariert. Neu. Aber auch wie? Ulfrock-Transporter einsatzbereit. Du, der hatte seinen... Schieb, äh, Dingsbums sah in deine Base reingesetzt. Hast du sie nicht mitgekriegt? Nö. Ich hab auch nicht. Ey, da setzt jemand Geld auf deine Tor... Auf dein, äh... auf deinem Rennen da auf deine Königonis Feindliche Einheiten entdeckt Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte Ja ja, du mich auch Du scheiße Rote Das Wasser wird sich Rote Irgendwann ein bisschen vorbei Diese Gewässer gehören Russland Eroben wie die Weltmeere Diese Gewässer gehören Russland Unsere Verbündete wird angeschlossen Und wir müssen im majestätischen Anblick sein Hey Ich find das nicht nett Batterien sind aufgeladen Eine Einheit wird angegriffen Hey, ich find das nicht nett Feindliche Einheiten entdeckt Repariert Ähm, ja, da würde ich nicht so nah dran stehen Naja Grön-Panda-Werf, äh, Pedro-Werf, Mann Unsere Verbündete wird angegriffen Ich kann mich auch nicht genossen Schmada, go Ich will mal ein bisschen grün ärgern Wenn ich den kriege Hey, jetzt hab ich keine Energie Ähm Ja Wir kommen Ist da draußen was? Ja Ist da draußen was? Ich hab nichts kaputt gemacht Müsste funktionieren Ja Boah, was haben wir alles zerstört Ich dachte, wir haben genug Zeug zum Plag Feindliche Einheiten entdeckt Unser Verbündeter wird angegriffen Einheit verloren Sie beschädigen die Systeme Seid ihr bereit zu kämpfen, Genossen Stingray Müsste funktionieren Nein Eine Einheit wird angegriffen Nein Nein Diese Gewässer gehören Russland Feindliche Einheiten entdeckt Unsere Zeit ist gekommen Los, glatt an Unser Verbündeter wird angegriffen Eiserner Vorhang bereit Ziel wählen Eine Einheit wird angegriffen Erobern wir die Weltbeerde Einheit verloren Ziel wählen Bald müssen Sie kapitulieren Ja, ich kann mich daran erinnern Dass Sie stillschweigen sind Ja So Orbitalguss bereit Eine Erdbeerde ist in Füßen aufgebaut Macht Ihnen als Ende Eine Einheit wird angegriffen Ziel wählen Doch, ja Nein Kannst du mal das hier irgendwie töten? Ich versuch's Juriko kommt zu mir, ich hab Angst Bitte hilf mir, bitte hilf mir, bitte hilf mir Könst du mir mal mit den da Linken helfen, irgendwie? Ja, ich hab mich eigentlich auf den Rechten fixiert, sorry Deswegen hab ich auch keine Einheiten mehr Na boom Feindliche Einheiten entdeckt Ja, Massenproduktion, wird Kredo ausmachen Massenproduktion Upgrade autorisiert Ich mach mal ein paar Einheiten Ich mach mal ein paar Einheiten Wird gebaut Feindliches Kommando geäutet Mach alle kaputt, oh, 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 oh Ähm, lass die Flugzeugsträger nie, äh, äh, Dings werden Probier ich es Vakuumbombe bereit Ziel wählen Und das Verbündeter wird angegriffen